hallo servus und herzlich willkommen zu dieser sonderausgabe heute sind wir auf dem weg auf den lusen gibt es eine alte sage wonach dieser berg auf einem goldschatz vom teufel errichtet worden sei wir schauen uns einfach den berg an und ich wünsche euch viel spaß dabei und los geht's so so Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Servus.